Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, wir sind hier immer noch im neuen Bereich und ich finde die kleinen Knuffels hier so niedlich. Ich weiß nicht, was jetzt besser wäre, ob wir besser der Quest quasi folgen oder mal eben zurückporten. Ich denke, ich werde mal eben versuchen, zurückzuporten. So. Dann werde ich jetzt mal eben die eine hier... Wieso ist das jetzt grau? Hä? Dann werde ich die eine hier mal eben aufsuchen. Die Frage ist, kann ich ihr die jetzt so schon geben? Alles ist eins mit Ava. Na, ne. Ich glaube, ich brauche alle sechs Blumen oder was das waren gleichzeitig. Das ist ja doof. Na gut, dann hat sich die Sache damit erledigt. Dann können wir jetzt wieder zurückporten. Ja, aber damit wäre dann immerhin schon mal die Frage beantwortet, ob wir alle zusammen haben müssen oder nicht, bevor wir das machen können. Warum ist jetzt hier... Ne, das ist das Normale. Warum wird das immer grau angezeigt, wenn ich hier drin bin? Ich verstehe es nicht. Na gut, dich kann ich jetzt gerade auch noch nirgendwo hinführen. Äh, die Frage ist jetzt, wie komme ich am besten hier hin? Wenn ich jetzt hier gerade ausgehe, werde ich wahrscheinlich dann irgendwann da ankommen, ne? Ich würde aber gerne oben rum gehen. Achso, hier oben ist noch was. Waren nur die beiden, oder? Äh, ja, so geht's auch. Moment. Einmal Foto. Zack. Hatte ich die schon? Ach, die hatte ich schon. Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, was ich jetzt in der letzten Folge eigentlich alles gemacht habe, ehrlich gesagt. So, da unten sind die... Ja, die mit dem Wasser hatte ich, das weiß ich, aber... Ich höre hier doch schon wieder was anderes. Haben wir denn noch irgendetwas, was wir hier noch unboxen müssen oder so? Ne, achso, das sind die anderen, ne? Ja, das sind die, die... Aber da oben wäre noch was, theoretisch. Moment, 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 Moment. Hinten ist wieder was am Blinken. Kannst du mal aufhören, hier die ganze Zeit zu spielen? Gibt das schon wieder voll, okay. Ihr bleibt mal kurz hier, ja? Moment, hab ich euch schon mal gestreichelt? Ja, oh, ich glaub, euch hab ich noch nicht gestreichelt, oder? Hä? Ihr seht nicht so toll aus, aber ihr verhaltet euch richtig knuffelig. Äh, Moment, jetzt lauf ich wieder zurück, oder? Ich bin auch doof. Halt, stopp, ich muss da hin. Da war aber noch was leuchtend gerade. So, euch brauche ich nämlich... Boah, ich hasse sowas. Ähm, für die brauche ich eigentlich die roten, aber euch nehme ich mal eben mit. Weil ich meine, ihr könnt das hier... Achso, Moment, naja, ich muss ja erst mal... Ich meine nämlich, ihr könnt das hier machen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, naja. Achso, Moment, hatten wir da eigentlich nicht auch sowas bei uns? Ähm... Am Dienst unten hier, am Labor? Ja, klar. Aber das ist jetzt gerade offen. Ah, Moment, dann gehen wir mal kurz... Nee, hör mal auf hier. Ähm... Da müssen wir ja sowieso eigentlich weiter. Dann gehen wir nochmal kurz zum Labor zurück. Das ist heute alles gerade sehr verwirrend irgendwie. Es tut mir leid. Wo ist denn die? Steht der hier noch? Komm her. Achso, nee, halt. Ja, doch. Äh, nee. Das geht nicht. Ist das jetzt wieder ein anderes Rätsel, oder was? Ja, nun gut. Okay, du müsstest eigentlich auch mal mitkommen. Komm du mal mit. Ich müsste die eigentlich nach da oben drauf bringen. Das Problem ist nur, wie kriege ich die nach da oben? Wenn ich jetzt hier rumlaufe, müsste ich da rüberspringen, ne? Naja, da hinten ist nichts. Und bleib den jetzt hier stehen. Leute. Kommt. Kommt. Den kleinen brauche ich vor allem. Nehmen. Achso. Achso. Den kündig eigentlich auch. Nein, du doch nicht. Mann, wieso steht da. Hä? Wieso steht da immer unbekannt eigentlich? Achso, wegen der Fähigkeit unbekannt, oder was? Komm ich gar nicht hin? Kann man hier noch mal tiefer fliegen? Steht eigentlich... Ah, jetzt macht er das. Hä, war der das nicht, der das könnte? Hm. Oder kannst du das vielleicht im Labor machen? Ich mach ein Foto von dieser Kreatur. Ich hab doch schon ein Foto gemacht. Nun, jetzt noch eins. Ich hab so ein schönes Foto von der gemacht. Wieso, wieso muss ich jetzt noch eins machen? Ich hab keine Ahnung. Du komm mal eben mit. Ich weiß, da kommt jetzt alle mit. Das ist eigentlich... Vielleicht kann der Kleine das so machen. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oder hattet ihr die großen Blumen irgendwie? So blöd ist halt, es wird nur aktiv, wenn ich hier stehe. So. Steht hier natürlich alle wie blöd hier im Weg rum. Alter. Alter. Ist das dein Ernst? Ich brauch den Kleinen, nicht euch. Boah. 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 Ist das nervig. Der muss näher mit reinkommen. So kommt der nicht rein. So kommt der nicht rein. Hallo. Das ist niedlich. Jetzt komm endlich mit rein hier. Keine Ahnung. Ich kann es nicht ausprobieren. Er will nicht mitkommen. Ich meine, ich hatte schon rausgefunden, was er eigentlich für eine Kraft hat. Aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Kann auch sein, dass ich es nicht rausgefunden hatte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier können wir nochmal nach links gehen. So, die Frage ist jetzt... Ihr könnt mich doch mal. Ich kann hier einfach durchlaufen. Ja, super. Oh, heute kriege ich es nochmal irgendwann hin. Irgendwann kriege ich das nochmal hin. Kommt alle mit? Ja, auch ihr da hinten. Komm, komm mit. Jetzt sag mir nicht, du hängst da in dem Ding fest. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Komm. Komm. Lass dich mal streicheln. Vielleicht kommst du dann da raus. Er kommt nicht raus. Oh, das ist doch nicht normal. Also, heute startet die Folge irgendwie nur mit komischen Dingen. Ich weiß auch nicht. Dann ist es hier verpackt und da war es nicht in Ordnung. Na gut, dann führe ich euch auf jeden Fall schon mal hier rüber. Muss ich gleich mal gucken, was da hinten so am Blinken war. Hört sich grad irgendwie nicht gut an, hört. Was war denn das? Ich warte ja nur darauf, dass mich hier gerade gleich was angreift, ne? Also. Achso, das ist... Ne, das ist der Teil. Da können wir theoretisch hoch. Also theoretisch unpraktisch können wir hoch. Hier sehe ich jetzt aber grad nichts. Hatte ich nicht da unten noch irgendwas? Warte mal, der Kleine ist noch da. Was heißt denn, dass das der Kleine da ist? dass der hier irgendwas machen kann? Da muss auch nochmal einer. Ach, da ist wieder so ein Ekelsviech. Och, nee. Alter. Moment, Moment, Moment. Da kommt ein ganz anderer Gedanke. Nein, ich konnte es nicht sehen. Zeig mal. Enten laufen sie da, also nicht so weit hin. So, gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie... alles gut. Was war denn das gerade? Ich hab gerade irgendwas seltsames gehört hier. Alter. Ach, das ist der da unten. Der ist aber zu weit weg. Guck mal, erst mal hier. Meditieren ist länger gedrückt halten. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, komm näher. Na, komm, komm. Vielleicht kriegen wir dich ja von hier hin. Hallo. Ja, der ist zu feige. Der kommt nicht mit. Aber wir wissen jetzt endlich, was die Kleinen für eine Fähigkeit haben. Super. Was ist das denn hier? Vor allen Dingen ist das eine sehr nützliche Fähigkeit, muss man dazu sagen. Weiß nicht, das scheint irgendwie nichts... Oh, wie viele von den Kleinen sind da bitte noch? Da sind die Großen. Hallo. Darf ich mich irgendwie bewegen? Wo sind jetzt die anderen? Die sind nur da hinten. Das sind zwei Stück. Da hänge ich eben noch ein dritter Böse. Boah. Ja, natürlich. Ich sehe doch auch so schon nichts. Alter. Dann wird man da ganz schwarz von. Die pupsen sozusagen den Gegner in die Flucht. Das finde ich gut. So. Das auch. Jetzt kann ich das zum einen nicht nehmen und zum anderen... Ich würde nämlich sonst hier endlos lange stunnen. Wieso zeigt man das dann an? Na, egal. Habe ich hier irgendwo noch was, wo ich das auch mitmachen kann? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt im Labor oder so noch sowas hatte. Na gut, wir machen erst mal da hinten die beiden normal. Mal. So. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, die Stürme ziehen nicht gerade auf mich zu, oder? Ach, das ist voll. Was ist denn hier? Haben wir hier einen kleinen Geheimgang, oder ist das... Ne, das ist einfach nur hier drumherum. Ah. Ja, toll. Okay, wo haben wir den Kreis denn jetzt nochmal? Moment. Da hinten ist auch noch ein Kreis. Die Frage ist, kommen wir da einfach so hin? Ne, dafür bräuchten wir die... Upsa. Wollt sprinten. Aber egal. Ne, die brauchen... Doch, das sind doch die Pferde hier, oder? Kommt... Ne, kommt nicht mit. Ich muss euch mal eben ausleihen. Ihr könnt das doch machen, ne? Ja, perfekt. Okay, okay, okay. Wo sind die anderen hin? Kommt ihr da hinten auch noch? Ja. Kommt alle zu mir. Ich werde euch alle zum Ziel führen. In den Freitod. Nein, Quatsch. Ähm. Aber Musik oder nicht? Ich würde ja nicht einfach so irgendeine wildfremde Person trauen die hier... Alter, wie laut ist das hier oben eigentlich? Die hier hinkommen. Calm down. Calm down. Ich sehe nichts, aber ich glaube, er ist umgewandelt. Hallo. Ja, er ist wieder umgewandelt. Okay, weil ich muss hier den... Generator einmal einstellen. Sehr schön. Dann können wir auch immer hier hin. Ohr von Papuk. Ja, gut, okay. Er hat es sonst auch immer gemacht. Ich habe ja doch gerade noch irgendwo was gehört. Mal erst mal hier. Du wirst wahrscheinlich jetzt gleich irgendwas hier wegmachen müssen, oder? Hinten sind wir der Gegner. Ah. Alter, ich wollte nur ein Foto machen. was geht denn jetzt ab? Ich wollte nur ein Foto machen. Warum musst du mich deswegen jetzt hier so anbrüllen? hier ist irgendwo, ich wollte gerade sagen, hier ist irgendwo noch diese Böse. Okay. Ist das noch einer? Hier knurrt doch noch einer. Irgendwo. Oben drauf, oder was? Oder höre ich den jetzt nur? Alter, ich höre doch, ich höre doch hier zwei. Alter, was höre ich denn hier alles? Das kommt hier von jeder Richtung. Ach, da unten ist noch einer. Alter, das ist so weit weg. Alter, da habe ich mich jetzt erschrocken. Wo kam der jetzt her? Ich habe hier oben doch alles nachgeguckt. Der war gerade noch nicht da. Ist der hier runtergesprungen, oder? Hier hat der auch kein Versteck und nichts. Hey, jetzt tut es dir leid, ne? Das war mir klar. Okay. Boah, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich wie, wo machen soll. Ganz ehrlich. Achso, ich muss die wegschicken. Moment. Aber ich muss hier hinten das Ding sich runter machen. Ich weiß nicht, ob die das so auch können. Haben wir hier irgendwelche Pflanzen in dieser Art? Nur noch in dieser Ekelsart hier. Oh ja, haben wir. Kommt mal her. Pupst dich weg. So. Hinten haben wir auch noch eine. Hinten ruhig auch noch. Oh mein Gott. So. Die machen wir vorher auch noch weg. Oder auch nicht. Nein. Ach, jetzt habe ich ihn rausgemacht. Ich glaube aber, das ist irgendwie da hinten gesperrt oder so. Ich weiß es nicht. Das heißt, mit anderen Worten, wir müssen wohl erstmal hier die wegschicken. Was ist mit dir? Du bist voll. Ja, dass du dich freust, das wissen wir. Mal eben gucken hier. So. Du willst da ja offenbar nicht durch. Deswegen schicken wir dich jetzt mal erst weg. So. Den haben wir denn jetzt noch alles. Moment, da hinten sind noch welche. Die können den, also beziehungsweise einer ist hier, aber die können den, äh, nicht machen, ne? Dafür bin ich hochgeklettert und alles. Ich weiß. Ja, doch. Der müsste aber auch nach hier zurückgeführt werden können. Bist du noch bei mir? Okay. Jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Wie kam ich jetzt an den einen, den ich umgewandelt hatte? Bin ich so hochgeklettert, oder? Bin ich doch hier, meine ich, dann runtergekommen. Da ist auf jeden Fall noch einer, aber ich würde erstmal, ich weiß nicht, ob der von oben, werde ich wahrscheinlich nicht mitnehmen können. Oder war das hier der, nee, das war hier der von oben, oder? Oh, ich blicke hier gerade überhaupt nicht mehr durch. Hier unten hat hier aber auch noch einen, oder? Genau, da ist noch einer. Komm. Komm, mein Kleiner. Hallo. Komm, komm mit. Komm. Komm ich hin, du. Oh, das ist nicht euer Ernst, dass man jetzt hier nicht mehr hochkommt. Ah, das heißt, dich muss ich woanders hinbringen. Was ist der eine, wenn wir jetzt hin? Hä? Wieso bist du nicht mitgekommen? Komm mit. So, jetzt müssen wir nur Trick 17 hinkriegen. Wie habe ich das denn gemacht? Da bin ich aber hier hochgesprungen. Wie kriege ich dich jetzt da oben hin? Antwort ist wahrscheinlich gar nicht. Oder? Man kann mich hier hoch. Oder ich kann nicht da hoch. Nur die Tiere. Das ist wieder sowas, wo nur die Tiere hoch können, oder? Kannst du denn da hoch? Sieht so aus. Ach, ich muss das, glaube ich. Ach, das muss ich von der anderen Seite aus. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Wieso gehst du da nicht hoch? Komm. Ah, dann kann ich den da... Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Komm mit. Dann machen wir das halt hier. Mir ist das egal, wo ich es mache. Hauptsache... Also, beziehungsweise... Ich wollte ja eigentlich nach hier. Ich hatte halt nur den Weg so nicht im Kopf. Okay. Ähm... Jetzt haben wir ganz viel hier eingesammelt und noch absolut null für unsere... für unsere Quest getan. Ich bin jetzt nur gerade am überlegen. Moment, wo sind wir jetzt hier gestartet? War das hier? Weil da war doch noch was, wo wir... Ja, genau. Das hier rechts. Wo wir eventuell noch was machen können. Also, erstmal kann man hier noch was herstellen. Das ist auch immer gut. Das können wir... Könnten wir untersuchen. Aber ich habe keinen Platz im Inventator. Das Verringern der Ausdauer. Halb 30, ich bin hier. Ich würde das gerne untersuchen, Leute. Aber irgendwie geht das anscheinend nur, wenn man einen Platz hat. Da oben höre ich was. Da... Ha! Schau, was wir hier haben. Wusste ich doch, dass da noch irgendwas war. Ich hatte das noch... ...im Kopf. Ich wusste halt nur nicht mehr, was es war. Aber hier so durchgehen oder so können wir nicht. Da ist auch sonst nichts mehr. Na gut. Aber leider fürs Foto hat es sich ja jetzt letztendlich auch schon gelohnt. Nix in der Ecke oder so, weil das sind ja immer so, ne? Diese typischen Orte, wo dann irgendwas in der Ecke liegt. Na gut. Hier will ich schon wieder irgendwas... Irgendein... Ah, das war der... Ah, mit dem jetzt nicht mittlerweile. Das war dieser kleine Feigling, den man nicht amüsieren kann. Da unten ist er. Kann ich da jetzt noch mal am besten hin? Hier drüber? Ach, das ist auch. Ah, sehr schön. Ah, okay. Was höre ich denn hier schon wieder? Das sind, glaube ich, die hier unten oder so, ne? So, dich höre ich, aber ich will den Bösen hören. Wo ist denn der... Ach, nee, den höre ich. Was ist denn der Böse jetzt hin? Warte auf der anderen Seite. Und warum bist du genau hier? Oh, ich hab's nicht mitbekommen, jetzt ehrlich gesagt. Aber es war richtig, okay. Es war so schnell. Nein. Falsch die Taste. Hallo. Soll ich verbinden. Bevor ich den jetzt wegschicke, will ich nämlich wissen, ob hier noch irgendetwas ist, was ich... ...eventuell platzen lassen muss. Da darf ich eh nicht rein. Ach, der ist hier oben, glaube ich, ne? Der ist gar nicht hier unten. Na gut. Ich sehe jetzt hier gerade nichts. Schick mir den mal weg. Hallo? Hallo? So, die Frage ist jetzt, wenn er tatsächlich über uns ist. Komme ich denn von hier aus auch nochmal dahin? Da komme ich eher wieder runter, ne? Ach, ist das der Weg, den wir hochgekommen sind? Ah, okay. Okay. Aber... Das sind zwei, oder? Das sind zwei. Ich hoffe, der kommt da nicht hier runter. Okay. Oh, okay. Oh, okay. jetzt gerade ein bisschen verwirrt hier. Da ist nochmal ein weiterer Übergang. Dass es so weit läuft, das ist Wahnsinn. Also schon im positiven Sinne natürlich, aber das ist trotzdem Wahnsinn. Und ich muss immer wieder auf die Uhr gucken, muss immer wieder mich selber zur Ordnung mahnen, dass ich eigentlich nicht so lange aufnehmen wollte. Echt, ich kriege hier mal einen Schlag ab und im Endeffekt werden die dann doch umgewandelt. Du bist jetzt aber der Einzige hier gewesen, ne? Mit dem Röchelproblem. Genau, das war der hier oben. Habe ich da hinten noch irgendwas außer diese... Wir gehen trotzdem mal rüber. Ich glaube, ich habe die schon, aber... Na gut. So, was ist mit dir? Dich können wir direkt mitnehmen. Ach so, ja. Moment. Das Problem ist, dich können wir nicht von der anderen Seite aus mitnehmen. Können wir dich denn irgendwo... Auch nicht. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, ich hätte auf der anderen Seite irgendwo einen... Da unten kann man reingehen. Oder kann ich hier runterspringen eventuell? Warte mal. Ach, scheiße. Ja, es tut mir leid, Kleiner. Ich muss hier irgendwie gucken, dass ich einen Weg für dich finde. Moment, kann einer von euch da durchgehen? Kannst du da durch? Nicht? Kannst du da vielleicht durch? Scheinbar auch nicht. Okay, aber du kannst das hier, ne? Naja, die waren das damit. Das ist doch doof. Wer kann denn dann da durchlaufen von euch? Wir haben den und wir haben den. Wo war das denn jetzt? Achso, das ist voll. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich wollte gerade sagen, hier waren auch keine Bösen, ne? Da bin ich runtergekommen, genau. Und hier gab es irgendwo noch Böse. So, ihr seid jetzt aber wieder die zwei, die ich eigentlich nicht gebrauchen kann. Achso, ich habe das falsche drin. Äh, wir gehen das nochmal. Moment. Ähm. Da ist was falsch. So rum. So rum ist, glaube ich, jetzt wieder richtig für die Tiere, ne? Ah, für euch. Ja, aber für wen ist das denn? Und ihr könnt doch nicht da durch. Ne, Moment. Dich hatte ich? Dich hatte ich oben nicht. Du kannst vielleicht da durch. Oben war das Pferd, ne? Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Achso, ich muss, ach, ich muss ja auch Y drücken, wo nicht? Ah, ich bin so blöd. Ich bin so doof. Manchmal verstehe ich auch, dass ich doof bin. So, das dürfte jetzt hoffentlich die Verbindung sein. Ist es aber nicht, glaube ich. Ist das die Verbindung? Das ist, glaube ich, die Verbindung, die ich haben wollte. Genau. Oh mein Gott. Ich sage, es ist so weitläufig. Ich höre hier schon wieder irgendwo. Da kann ich mich jetzt aber gerade irgendwie nicht drum kümmern, habe ich so das Gefühl. Ähm. Wo ist denn der jetzt? Moment, jetzt habe ich total die Orientierung verloren. Jetzt habt ihr, jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt habe ich hier komplett, da müssen wir, glaube ich, rum, oder? Das ist der Weg zurück. Du kommst auch mit, genau. Und ihr alle könnt nicht dahin, aber ihr könnt rein theoretisch mit mir zusammen keine Ahnung wohin. Ah, hier oben ist etwas frei. Da bist du auch. Ja, ist doch schön. Ich komme hier nur nicht durch, jetzt. So. Hier war der Weg, genau. Wo kommst du jetzt mit? Ist ja auch irgendwie doof, ne? Obwohl ich so ein Gefühl habe und denke, dass das alles gar nicht nötig ist, müssen wir die halt alle einsammeln. Mich triggert das aber trotzdem, dass ich das die ganze Zeit höre. Ach, da oben. Ah. Aha. Gotcha. Ja, 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 das war es auch. Aber ich höre hier auch noch ein... Ah, nee, ich höre den Roboter. Ich bin auch wieder so doof. Na gut. Ähm. Ähm, ähm. Gesundheitspaket. Ah. Ah. Sehr schön. Sehr schön. Ach so, mich gedrückt halten. Oh mein Gott. Okay. Wir sind auch dem Ziel schon etwas näher gekommen, glaube ich. Hier runter zu springen wäre keine gute Idee. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem tun. Bin mir nicht sicher. Ich finde hier nämlich gerade keine Alternative. Oder ist die Alternative hier auf der Seite? Schau mal kurz. Ja, ich weiß, dass da was in der Nähe ist. Ach, euch habe ich schon befreit. Aha. Kommt mit, Jungs. Euch muss ich noch wegschicken. Wir machen das wie bei Star Trek damals. Ne? Ihr stellt euch... Hallo? Ihr stellt euch da hin und ich beam euch weg. So. Drei, zwei, eins. Meins. Sehr schön. Wir haben übrigens drei Fertigkeitspunkte. Das zögert zwar immer noch die Folge dann um ins Unermessliche hin. Entfesselte Kette. Überladungskosten sinken, wenn die Infektion auf das... Das erzeugt ja sofort eine Überladungszeit. Das hört sich gut an. Verbrauchsobjekte sind stärker. Gegenstandsdetektor. Ja, das würde ich halt auch gerne haben. Äh, möglich ist dir Zeit zu verlangsamen? Hm. Ich würde sagen, wir machen erst mal... Erzeugt er sofort eine Überladungs... Äh, Zeit. Das hört sich eigentlich am sinnvollsten an, finde ich. So. Dann würde ich gerne hier runterkommen, damit ich dann in der nächsten Folge zumindest mit euch schon mal in der richtigen Richtung stehe. Bin ich hier überhaupt in der Nähe? Ach, ich bin hier gar nicht in der Nähe. Ich muss noch ein ganzes Stück machen. Ach, ja, dann. Moment, dann teleportiere ich mich mal eben hier auf die Basis. So. Und von da aus muss ich dann ja quasi mich hier links halten. So. Und damit ich dann hier keinen Blödsinn mehr machen kann, würde ich sagen, machen wir hier jetzt tatsächlich endlich mal einen Cut. Wir haben jetzt schon über 40 Minuten. Oh Gott, hier reißt mir den Kopf ab. Falls es überhaupt irgendjemand gibt, der das Ganze hier bis zum Ende anschaut. Ich weiß es ja nicht. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Weil, ja, man weiß es ja nicht bei der Länge, ob dann überhaupt einer durchschaut. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zuschauen. Und ja, ich verspreche, nein, ich verspreche gar nichts, weil hier so viel gemacht werden kann und muss. Und ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge zum Zielort kommen werden. Und da auch noch was machen können. Und nicht nur dann da ankommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen. Denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao.